Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Bei uns geht es heute mal wieder vor der Haustür in den Schnee. Euch erwartet ein tolles Winterwonderland mit coolem Trail. Ja, er hat fotografieren. Können wir ja nichts dafür, wenn du so langsam bist bergauf. Denn echt fährt er uns immer davon. Und schwitzt weniger, deswegen fährt er dann oben auch weniger. Deswegen brauche ich nur einmal am Monat gleich wechseln. Ja, das ist wohl unfair. Und wir wechseln fünfmal am Tag. So groß kann der Rucksack gar nicht sein. Dann grufen wir auch nicht. Hey. Wie mit deinem Kloch? Der ist so stark. Ich glaube, das machst du selber. Bei uns wird wieder Wasser aufgefüllt. Ich spare mir das heute, letztes Mal war ja alles gefroren. Ich habe Bock auf so viel kaltes trinken. Aber die Stelle hier ist schon cool. So, Schnee haben wir wieder erreicht. Gipfel noch nicht. Ist jetzt erstmal steil. Boah, jetzt kommt der Wind. Jetzt schneit es leicht. Voll geil. Und da kommen sie schon nachher. Ja, hier ist ein kurzes Stück. Das hat es in sich. Aber wir fahren ja woanders runter. Deswegen. Sonst ist das dann eigentlich wurscht. Aber das hätte es jetzt schon in sich mit dem Schnee drauf. Ja. Aber geht. Weniger Bremsen. Ich habe heute auch die Fälle vergessen. Aber heute ist es okay. Na, heute ist es wieder komisch, wenn du es mit hättest. Ja, oben sind wir. Die allerletzten Meter. Ja. Ja. Ein bisschen Zeit für Spaß muss natürlich auch immer noch bleiben. Und wenn man gerade erst hochkommt, ist es ja eh noch ziemlich warm. Nur dann heißt schnell umziehen, weil sonst wird es kalt. So, oben sind wir. Juhu. Bergheil. Bergheil, ja. Hast du den Briefkasten schon kontrolliert? Unser Briefkasten. Aber was in Tirol leider schadet, ist dieser Vandalismus. Jetzt habe ich das einzige Problem, dass man das Finanzamt die Rechnung nicht mehr schicken kann. Jetzt kriege ich nur die Lotteriesachen. Aber die ist gelangt. Wo? Weihnachten. Nein. Nix drin halt. Ach, Lenz. Schade. Haben wir uns schon gefreut. Wir dachten. Wann hat jemand was gesehen? Im Winter haben wir das Problem, dass Schneebeding, der der Prefträger nicht aufkommt. Jetzt haben wir meistens früher mehr viel Post. Sommer eh auch, ja. Im Winter sind es die Engel. Weihnachten. Die vergessen uns auch meistens. Bestimmt sind es die Engel. Ja? Ja. Okay. Also falls jemand Engel spielen möchte, ihr wisst jetzt um unser Briefkasten. Ja, Briefkasten. Wir freuen uns über fast alles. Ganz unkompliziert. Wahnsinn. Der innen schaut geil aus. Hat die Vicky vorher schon gemeint? Ja. Spiegel ist voll schön gerade. Ja, sieht echt witzig aus. Voll verrückt. Aber immer wieder schön. Ja. So, bei uns ist es jetzt wieder, ja, so kalt kann es gar nicht sein. Es schneibelt und es wird gegessen. Was gibt's? Mhhhhh. Wurscht. Scharfe Salami mit Wurscht. Das ist ein Geschenk-Kräg. Oh. Mhm. Hautneig. Schauen wir mal, was ich suche. 2003er, oder? Leberstreichwurst. 2003er-Bäuer. Nein, Kalbsleberstreichwurst. Mal was anderes. Und hier kommt die Wetterfront. Es ist ein bisschen wie wenn die weißen Reiter bei Game of Thrones kommen würden. Hoffen wir mal, es erwischt uns nicht, oder ähm, ja. Naja. Naja. Die weißen Wanderer haben uns doch überfallen. Aber bis jetzt sieht's noch ziemlich cool aus. Es schneit. Juhu. Man sieht's auf der Kamera, glaube ich, gar nicht so wie in echt. Echt? Na. Och ne, nicht wahr. Boah, ist doch nicht wahr hier. Ja. Schaut mal, wie geil es jetzt einfach schneit. Ich glaube, mit der Kamera sieht man's besser. Und hinten scheint die Sonne. Mega. Es ist wirklich gerade, wie wenn Frau Holle das Kissen schütteln würde. Ja. Crazy. Geilo. Oh, mega. Jetzt sieht man's voll gut. Ja, ja. Ja, ja. Musik 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 Ich weiß nicht ob man den Schnee ausreichend sieht aber es ist so geil 66,6% hat Spaß 33% nicht Juhu Schnee Was sagt der Grinch? Grinch Du musst die Unstrengung jetzt haben wir noch so versaut Es geht nimmer Es schneit Es ist so schön Wahnsinn Musik 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 Es war sicher einer der krassesten Stürze, obwohl es eigentlich nichts ist, wie ihr seht, aber es ist halt Saustall. Und die Vicky hat sich jetzt mehrfach überschlagen. Ja, man sieht die Spur im Schnee. Seht ihr die Spur, da zwischen den Bäumen, wo eben kein Schnee liegt, da ist sie runtergerutscht. Aber zum Glück nichts passiert. Die Spur im Schnee Ja, die geht. Nein, scheiße. Ja, ja, ja. Das war's. Ja. Musik 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 Und vor allem mal die Brennkreuzer aufmachen, wenn ich stehe, weil ich da bin, weil ich da bin, weil ich da bin. Ja, sonst geht es bei mir ganz gut, aber jetzt weiß ich nur auf. Also ich habe es nicht so gut. Ich habe es nicht so gut, aber ich habe es nicht so gut. Ich glaube wir sind jetzt auch ein Geld, ich stehe... Ja, ich habe es nicht so... Ja ich habe auch... Das ist so schön. You will see me running, thinking that I might be insane. I don't need more sunshine. You keep me going strong. Yeah, I just need my headspace to keep me moving on. Yeah. Oh, oh. Oh, oh. Yeah. 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 I don't know, but how i am, but no one ever stopped me, even Uncle Simon. Because that might be the struggle, that might lead to the fight. And I'm here to show the world That I can make it right, on a bad day, on a good day, on Ja, da wäre ich auch dafür. Ich mache es viel lieber rechts zu waschen. Auf und wieder. Irgendwas. Hier ist es vielleicht weniger kalt wenn es schneit oder so schön ausschauen. Vielleicht habe ich auch ganz sensibel. Vielleicht können wir heute Abend schon Weihnachten feiern. Weil besser ist von der Stimmung her nicht, glaube ich. Hier ist es schon Weihnachten. Untertitelung. BR 2018 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 Ja, ente gut. Es ist bald Weihnachten. Auf jeden Fall sind wir gut unten angekommen und ja, die Trail war witzig, aber schwierig. Und geile Conditions. Also jetzt da hat es gar nicht gekriegt und es geschneit. Oben richtiger Wintermann. Ja, bis vor zwei Minuten. Und wer gerne mit mir, dass es gewünscht hat, dann will in die Kommentare bitte schreiben. Gemeinsam bringen wir die Frauen in die Knie, was Weihnachten geht. Aber hier sind wir zwei ein. Genau, zwei geht ein. Wir machen so ein Weihnachtsmischof. So ist es. Wir bringen Weihnachten im Keller. Viel Spaß. Ich mache gerne Steine. Ja, gut. Viel Spaß. Ich auch, aber nur auf dem Trail. Nein, Spaß auf der Seite. Cool, dass ihr dabei wart. Wir halten euch am Laufenden und am Rollenden. Wir haben immer noch ein paar kleine Sachen am Weg, was wir machen würden. Wenn das Wetter wärmer wird und ein bisschen stabiler. Wenn wir die Fatbikes anstarten, so Pistenschredden wird auch ganz cool. Und dann ist es eh schon Weihnachten. Dann fahre ich mir zwei Wochen aus. Dieses Jahr leider. Und dann geht es eigentlich wie die Jänner fast wieder weiter. Super, bis zum nächsten Mal. Tschüss.